okay ihr lieben wie versprochen werden wir jetzt noch das andere backtrack spiel was ich mir gekauft habe auspacken und noch mal eine runde anzocken soll wie gesagt auch ein original verpacken sein ich hoffe es ist alles drin ich hoffe es ist in gutem zustand und ich hoffe vor allem mal dass das spiel funktioniert denn der käufer hat mir geschrieben er konnte es leider nicht ausprobieren weil er keinen funktionierenden backtracks hat aber das werden wir sehen hat mich nicht viel gekostet ist es auch nicht so ein super bekanntes backtrack spiel ist denn hier die öffnung ich habe noch nie so ein komisch verpacktes paket gesehen hast gesagt ja hier so ist es eigentlich nicht gedacht egal okay das war kein zufall gewesen dass das geklappt hat ich sehe gerade ihr könnt mir dabei gar nicht so richtig zugucken aber ich versuche auch bloß gerade das paket aufzukriegen mache ich hier noch was kaputt ne oder? ne haha once haha wirklich fast das spiel ist gleich hier oben خر琳 daher habe ich gerade nochmal so chuahah dass ich da jetzt nicht in die verpackung reingestochen habe Na gut, holen wir es raus. Ach man. Was für ein Paket. So, raus mit dir. Ich sehe schon, da fehlt die Papphülle. So viel zur original Verpackung. Na gut, ok. Ich akzeptiere es einfach mal so. Normalerweise, das habt ihr ja vielleicht in dem ersten MacTracks Video gesehen, habt ihr ja noch eine Papphülle drum, wo ihr seht was für ein Spiel das ist und was das Ganze noch ein bisschen ansehnlicher macht. Naja, wie gesagt, ich habe nicht super viel dafür bezahlt. Insofern akzeptabel. Haben wir noch ein Overlay drin. Ja, sieht so aus, jetzt wird sie noch ein Overlay dazugeben. Ja, genau. Wenigstens etwas. Und zwar sieht das diesmal so aus. Und da seht ihr auch gleich, was das für ein Spiel ist. Flipper Pinball. Ein Pinball Spiel. Was denke ich auch ganz gut für den MacTracks funktioniert so mit der ganzen Grafik. Und hier seht ihr. Ja, das ist ein bisschen schlecht zu erkennen. Vielleicht. Ja, ihr seht auf jeden Fall, wie es bei Pinball ist. Links unten. Bonus und Score. Player 1. Genauso wie für Player 2. Dann habt ihr dort diese Bumper. und noch diverse andere Sachen, wo man dagegen schießen kann. Ist halt alles eingefärbt. Und dort geht es dann halt runter. Ansonsten wieder die Buttonbelegung. Ganz links ist Pause. Der nächste ist linker Flipper, rechter Flipper und ganz rechts ist Schießen. Ich vermute mal den Joystick benutzen wir gar nicht. Das werden wir aber gleich rausfinden. So, ich hoffe mal das Spiel wird gleich funktionieren auf Anhieb. Denn es könnte auch sein, dass es schon länger nicht mal benutzt wurde. Und deswegen etwas korrodiertes. Aber ich muss sagen, es lässt sich grad relativ schwer für mich verbergen. dass ich doch recht enttäuscht bin wegen der fehlenden Originalverpackung. Aber man kann es jetzt nur so akzeptieren. Und wer weiß, das finde ich am Ende mal eine Flipper-Pappe ohne Spiel. Dann kann ich mir was auch kaufen. Aber gut, ich meine wenigstens haben wir ja das Overlay dabei. Das ist ja auch was. So, hier haben wir das Spiel. Wie gesagt, hoffen wir mal, dass die Kontakte nicht allzu sehr korrodiert sind. Dass es jetzt gleich auf Anhieb funktioniert. Was in der Regel beim Modul spielen hilft, ist mal ein paar mal rein und raus stecken. Dadurch reinigt sich das schon mal so ein bisschen. Und da schauen wir mal ab, hier was kommt. Spinball. Oh ja, es funktioniert. 1983 kann das Spiel raus. So, okay. Okay, jetzt müssen wir das gleich anschließen. Schaut nicht. Linker Flipper, rechter Schraub. Ah, ich muss aufziehen. Dafür brauch ich einen Joystick. Ach so, mit dem Joystick kann ich ja links nach rechts dagegen hauen. Und deswegen war jetzt auch Tilt. Okay. Machen wir nochmal. Diesmal richtig. Ich sehe gerade schon, das flackert, das flackert ganz schön in der Aufnahme. In echt flackert das, ich sag jetzt mal so gut wie gar nicht. Ganz leicht flackert das schon, aber so gut wie gar nicht. Sie bedeuten besser aus, als es jetzt hier in der Aufnahme aussieht. Kennt ihr noch diesen Windows Flipper? Der war glaube ich zu Windows XP und zu Windows 2000 mit dabei gewesen. den habe ich damals gesuchtet. Ja, super. Den habe ich damals gesuchtet. Und ich kann mir gut vorstellen, hätte ich ganz früher so einen Pinball da gehabt, hätte ich den genauso oft gespielt. Was jetzt schade ist, dass man jetzt hier beim Spielen keinen Punktestand sehen kann. Ja, da kann ich nichts machen. Das ist ein bisschen schade. Man sieht es jetzt hier unten, die 35.805. Aber jetzt ist es halt wieder weg. Wahrscheinlich hat sich das von der Rechenleistung damals nicht darstellen lassen. Das ist so meine Vermutung. Ja, da kann ich auch nichts machen. Ich finde die Flipper sind ein kleines bisschen zu klein. Zu kurz. Weil man hat zu oft das Problem, dass man nichts machen kann. Ich wurde übrigens während der ersten Partie angerufen. Ich hoffe einfach mal, dass man das nicht mit sehen wird. Auf der Aufnahme. Ich denke auch immer nicht. Hier kann man übrigens noch einstellen, wie doll man schießen will. Ich mache mal weniger doll. Nein, das reicht nicht. Ein bisschen doller. Ja, und das ist, mehr kann man dazu nicht sagen, ein ganz normaler Flipper. Aber ich habe mir überlegt, ob ich mir vielleicht früher... Das war jetzt meine Schuld. Früher oder später mal eine komplette Vectrack-Sammlung zulegen kann. Ich glaube, das kamen so 32 Spiele raus. Und ja, wie gesagt, die Bambus sind zu kurz. Der Ball, der ist halt so klein. Und der Ball, der würde bestimmt drei oder viermal dazwischen durchpassen. Das ist halt ein bisschen Mist. Wie gesagt, es gibt glaube ich so ein paar und 30 Vectrack-Spiele. Also nicht so super viel. Wieder. Nicht so super viel. Dafür sind die natürlich relativ selten. Und es gibt noch so ein paar Erweiterungen für den Vectracks. Die sind richtig selten und auch richtig teuer. Da gibt es eine 3D-Brille. Glaubst du oder glaubst du nicht? Da gibt es wirklich eine 3D-Brille, mit der ihr so einen 3D-Effekt von den Vectracks haben könnt. Und es gibt einen Light-Pen, mit dem ihr, also wie so ein Stift, mit dem könnt ihr auf euren Vectracks zeichnen. Ja, das war's. Die sind richtig teuer und dafür gibt es glaube ich auch insgesamt 3 Spieler. Für die beiden Add-Ons. Ja, aber wie gesagt. Ich werde mir vielleicht immer mal, wenn ich wieder was im Budget habe, ein neues Vectrack-Spiel kaufen. Und euch das natürlich vorstellen. Ich finde das ein bisschen schade, dass man die Farbe von den Overlay nicht so richtig gut erkennen kann in der Aufnahme. Also in echt sieht man ja schon, dass hier oben halt so ein bisschen blau ist. Und dann hier gelb. Hier ist es so ein bisschen grünlich. Hier unten wieder gelb. Ich versuche mal, ob ich da irgendwas dran ändern kann, wenn ich an der Helligkeit rumschraube. Oh, das ist heller. Machen wir mal dunkler. Ganz hell. Ja, man sieht dann halt quasi das so ein bisschen durchflimmern. Wie heller ich das mache. Jetzt ist es gerade ganz hell. Stellen wir mal so ein. Ja, das sieht man leider nicht so super gut. Ja und wie gesagt, dass so flimmert das Bild. Ist vor allem in der Aufnahme. In echt ist es auch ganz leicht, aber nicht stark. Ich kann übrigens mal das Overlay ab machen. So sieht es jetzt ohne aus. Okay. Dann war es das für das Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.